Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2 neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerinnen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen, also ökologisch und sozial. Wir befinden uns mit unserer Firma Fett Consulting ja auch seit einigen Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit. Dabei nehmen wir euch wie immer mit, denn wir glauben ja fester daran, dass es am Ende ja alle braucht, um insgesamt für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen und der Austausch hilft. Wir, das sind wir immer, Maike und ich. Maike, wie geht's dir heute? Moin Nils, mir geht's sehr gut, muss ich sagen. Es ist irgendwie eine energiereiche Woche. Manchmal spürt man das ja so ein bisschen. Jetzt scheint hier in Hamburg die Sonne, heute ist Halbfinale EM. Also ich freue mich. Wie geht's dir? Mir geht's auch echt gut. Ich bin irgendwie auch echt gut drauf. Ich freue mich auf den Tag heute. Ich freue mich auf unser Gespräch. Wen haben wir denn da? Ja, und zwar mit uns ist heute Julia Neuen. Julia, du bist Gründerin und Geschäftsführerin von Peaches und wir haben uns kennengelernt auf einer Netzwerkveranstaltung des Frauennetzwerks vom Handelsblatt, nämlich PARS. Und da habe ich schon so viel gelernt in der kurzen Zeit, in der wir irgendwie gesprochen haben. Und ich habe mich richtig gefreut, dich mit meinen Kolleginnen aus People and Culture zusammenzubringen. Und das würde ich schon mal als Spoiler vorwegnehmen. Wir haben ja auch zusammengefunden und machen bald einen gemeinsamen Launch. Aber was genau ihr so macht und warum uns das Asphalt auch so antreibt und so begeistert, ich würde sagen, das besprechen wir einfach gleich zusammen. Julia, schön, dass du da bist. Wie geht's denn dir? Ja, Maike, Nils, vielen Dank für die Einladung an diesen sonnigen Tag. Mir geht es ehrlicherweise auch ganz fantastisch. Ich sage mal, bei diesem Wetter, ich bin so ein Sommermensch und muss ehrlich sagen, das alleine gibt mir Energie. Also deswegen, ich werde auch, nachdem wir gesprochen haben, wird es für mich ins Freibad gehen und dann ziehe ich eine Stunde schön meine Bar. Toll. Das ist ja auf alle Fälle echt eine gute Ansage. Also da kann ich auch gleich nochmal die Badehose raus. Ich bleibe auch eine, ich kann auch nicht. Also wir beginnen ja erstmal mit der Frage, wie bist du denn eigentlich zum Thema Nachhaltigkeit gekommen? Vielleicht, Julia, magst du uns nochmal so einen Einblick geben? War das schon immer so dein Thema oder wie definierst du das für dich? Vielleicht magst du uns da mal in deine Welt holen. Ja, also Nachhaltigkeit ist bei mir natürlich ganz, ganz groß, gerade im sozialen, mit dem sozialen Bezug. Was ich gesehen habe in den Unternehmen und das hat mich eigentlich zutiefst betrübt, weil du gesehen hast, man stellt wirklich unglaublich tolle Frauen ein. Man holt unglaublich tolle Frauen in ihr Unternehmen und dann an den verschiedenen Punkten, die dann einfach rein biologisch folgen, brechen diese Frauen einfach weg. Aufgrund von Familienplanung, aufgrund von gesundheitlichen Themen und das letztendlich, dass wir das so akzeptieren, während andere Länder eigentlich schon viel smarter unterwegs sind. Und dafür schon viel bessere Lösungen haben, um dann tatsächlich die Karriere auch so zu unterstützen, dass Frauen in ihrem Potenzial bleiben oder dass du als Unternehmen immer wieder die Möglichkeit der Gleichstellung schaffst. Das heißt also, dass du eigentlich immer wieder schaffst, dass die Menschen wieder chancengleich wieder losstarten können, obwohl vielleicht eine Frau wegen der Elternzeit rausgegangen ist. Das hat mich wahnsinnig motiviert, hier in Deutschland sozusagen Hand anzulegen oder für den Dachraum und zu sagen, alles klar, welches Land macht das einfach geil? Wo muss ich mir was abgucken? Und wie können wir das letztendlich für unseren gesellschaftlichen Kontext implementieren und dann aber auch für die Unternehmen als Transformationsangebot anbieten? Und aus diesem ganzen Gedankengut, was sehr, sehr nachhaltig ist, ist dann quasi Peaches entstanden, wo wir auf der einen Seite einen Consulting-Bereich haben, aber auf der anderen Seite auch einen Benefits-Bereich, der sozusagen, wenn wir das Unternehmen verlassen, dann eben auch dafür sorgt, dass letztendlich unsere Maßnahmen nachhaltig auch dort gelebt werden können. Ja, jetzt bist du schon ein bisschen darauf eingegangen, wenn wir nochmal diesen Schritt zurückgehen. Warum sollten sich Unternehmen um Aspekte wie Frauengesundheit kümmern? Ja, also ich könnte jetzt ganz, ganz weit hinten anfangen, aber ich mache es mal kurz. Also jedes Unternehmen hat das große Bestreben mittlerweile, Frauen bis in die Führungsetage zu entwickeln. Egal, ob es über Quoten geregelt wird oder einfach darüber, dass man sagt, diverse Teams sind erfolgreicher oder vielleicht auch der Druck von außen wächst, diverse Teams tatsächlich anzubieten. Also ich sehe das immer mehr auch in Beratung oder auch in Anwaltskanzleien, dass sozusagen der Kunde kommt und sagt, nee, wir wollen auch diverse Teams haben. Also dementsprechend ist da auch eine gewisse, die müssen liefern. Und wenn ich es aber doch nicht schaffe, Frauen in ihrem Potenzial zu halten, über all die Phasen, die wir einfach zwangsläufig durchmachen, dann werde ich es als Unternehmen nie schaffen, entweder meine Quoten zu erreichen, Unternehmensziele zu erreichen und vor allen Dingen auch in Zukunft, Stichwort Fachkräftemangel, auch da interne Lösungen zu kreieren. Man sagt ja immer, Migration brauchen wir definitiv von außen, alles Feinhaken dran, haben wir alle verstanden. Aber wie wäre es denn, ich meine, wir haben über 50 Prozent Frauen in Deutschland, wäre ja auch nicht ganz doof, die vielleicht mal wirklich tatsächlich zu optimieren und da mal zu sagen, okay, was braucht es in den Unternehmen, um Frauen wirklich zu unterstützen. Denn was wir ja die Jahre gemacht haben, ist, wir warten darauf, dass Vater Staat uns irgendwann hilft, beten jede Nacht dafür. Aber ich glaube, wenn wir uns die Besetzung da oben angucken, dann wird das nichts mehr. Also so schnell wird da keine Rettung in Sicht sein. Das heißt, die Unternehmen, wenn sie wirklich sagen, okay, sie wollen Gleichstellung, sie wollen Chancengleichheit, sie wollen, dass Frauen genauso Karriere machen können wie Männer in Unternehmen, dann braucht es definitiv an wirklich vielen Stellen immer wieder Supportmöglichkeiten, Unterstützungsmöglichkeiten. Und wenn wir uns die Biologie von Frau und Mann angucken, dann sehen wir einfach, wir sind komplett unterschiedlich. Wir Frauen haben einen Hormonzyklus, wir kriegen Kinder, also wir machen so viele tolle Dinge und sorgen dafür, dass die nächsten CEOs dieser Welt geboren werden. Also es ist ja jetzt auch nicht so, als wenn das hier alles nur zum Spaß ist. Also ich meine, auch da, wir sehen einfach die Weltbevölkerung rein demografisch, werden wir immer älter. Ja, irgendeiner muss es ja lösen. Solange die Männer noch keine Kinder kriegen, sind wir Frauen wohl am Zug. Solange Amazon noch keine Kinder liefert, müssen auch wir Frauen das letztendlich machen. Aber du siehst halt, es gibt viele verschiedene typische Fluktuationspunkte in den Unternehmen und denen gilt es zu lösen. Jetzt kann man sich ja fragen, okay, warum beschäftigen wir uns mit unserem Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit mit diesem Thema? Vielleicht da, ich beantworte das mal so ein bisschen so aus meiner Sicht, vielleicht könnt ihr das nochmal ergänzen. Weil wenn man mal auf die nachhaltigen Entwicklungsziele, SDGs schaut, ist ja das SDG 5 das Thema auch Gleichberechtigung. Und wenn man sich halt mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt im Unternehmen, hat man ja halt immer einerseits die Säule E, also Environmental, Social, also alles was sozial halt irgendwie anbelangt und das Ganze halt dann irgendwie noch in eine Governance zu überführen. Denn wir haben vielleicht nochmal zur Erläuterung, wir haben uns sehr viel halt dann irgendwie mit diesem Thema ökologische Nachhaltigkeit beschäftigt, aber relativ wenig mit dem Thema Soziale. Und wir hatten ja auch gesagt, dass wir hier mal ein bisschen weiter einsteigen und insofern passt das natürlich genau hier rein. Vielleicht das nochmal so vorweg von meiner Seite. Wenn man das jetzt mal so anschaut, wie startest du denn die Zusammenarbeit mit Unternehmen? Kommen die auf dich zu? Hast du halt mittlerweile, da ist da so ein Run oder ist es halt wirklich noch hartes Klinkenputzen? Also musst du viel überzeugen oder entsteht da auch ein Sog? Also als ich 22 mit Peaches gestartet bin, klar, also da waren wir ja, wenn du was völlig Neues nach Deutschland bringst, was es vorher noch nie gegeben hat, dann brauchst du vor allen Dingen erstmal ganz, ganz viel Aufklärung. Und das heißt, ich würde sagen, das erste Jahr habe ich damit verbracht, die Leute aufzuklären, was wir nicht Tolles jetzt machen und wie neu das ist und warum das toll ist und wie das letztendlich Firmen optimieren kann. Nach diesem Jahr, also es hat eigentlich relativ schnell einen Sog gegeben. Also nach drei Monaten waren wir mit dem Laden profitabel, was relativ selten ist. Jetzt sind wir, muss man dazu sagen, wir sind, ich habe ja selber vier Kinder. Das heißt, ich habe auch mich dafür entschieden, das Startup zu bootstrappen, weil ich gesagt habe, Female Funding und so, das war ja mal so ein Thema oder ist immer noch so ein Thema. Ist immer ein bisschen schwieriger als Frau da so viel Funding zu kriegen und mit vier kleinen Kindern tatsächlich im Rücken hatte ich einfach keine Lust letztendlich auf Klinkenputzen. Und dann, muss ich aber sagen, ging das relativ fix, dass wir wirklich profitabel waren mit den Benefits. Und das hat mir erlaubt, eigentlich in kürzester Zeit durch wirklich tolle Kunden, die wir hatten, wie auch das Highlight oder auch ein Chemielieferant, dass wir relativ schnell wachsen konnten. Und dadurch, dass wir so schnell in unterschiedliche Branchen und auch in unterschiedliche Branchengrößen jetzt gegangen sind, muss ich sagen, hat sich jetzt tatsächlich gerade komme ich nicht mehr hinterher. Und wir stellen auch ein gerade, weil es wahnsinnig explodiert und die Menschen kennen klassische Diversity-Beratung. Die kennen wir alle, das ist auch nicht gerade wenig oder auch Diversity-Berater oder Beraterin. Aber so spitzfemale, wie wir es machen, dass man wirklich sagt, nein, wir sind wirklich eine Female-Beratung, Female-Lifecycle-Management und wir machen das auch so spitz und wir bleiben auch so spitz. Das findest du derzeit nirgendwo, also zumindest nicht im Dachraum. Und auf der einen Seite kriege ich dafür auch Contra, also das ist schon so, dass man dann natürlich sagt, Mensch, aber ihr seid ja gar nicht inklusiv, wo ich sage, nee, sind wir nicht, deswegen steht auch überall Female drauf. Aber auf der anderen Seite sorgt es ja dafür, dass Unternehmen inklusiv werden. Also wir schaffen ja eigentlich nur wieder das Thema Chancengleichheit und da sind wir natürlich wieder ganz bei dir, Nils, vom ESG, dass du einfach sagst, as social, wie kriegst du den Punkt gerockt, weil er ist wirklich nicht so einfach. Viele reden immer drüber, viele haben auch eine Meinung dazu, alle haben auch vielleicht irgendwie eigene Themen und können mitreden, aber das Reden alleine reicht uns halt nicht. Wir brauchen definitiv Lösungen, Maßnahmen, wir brauchen Fast-Track-Support-Pakete. Es muss einfach so sein, dass Frauen total motiviert werden, in dieser Karriere zu bleiben und es braucht ganz viele Brücken und es braucht ganz viele Support-Stationen, wo letztendlich alle wieder am selben Strang ziehen. Und das ist auch nicht so, oft höre ich ja, wie machst du das denn, dass da keine Klickenbildung entsteht zwischen Mann und Frau, weil das ist ja dann auch so, das will ich ja gar nicht. Also ich sage immer, es geht nicht darum, hier irgendeine feministische Gruppe aufzumachen, sondern es geht darum, dass auch Männer verstehen, warum wir das machen. Und in dem Moment, wo sie es verstehen, in dem Moment, wo wir zeigen, was das alles für Auswirkungen hat, wie hoch Betroffenheiten sind, wie man das lösen kann, wie sie sich auch das Leben dadurch selber erleichtern. In dem Moment habe ich eigentlich immer auch die Männer mit im Boot und die sagen, hey, das ist eine coole Nummer. Und gerade die jungen Männer legen tatsächlich auch auf sowas sehr viel Wert. Ja, und ich finde, also mich hat ja dann nochmal vollkommen überzeugt, auch von dir und euch, dass das Angebot ja trotzdem auch unseren männlichen Kollegen zur Verfügung steht, falls eben PartnerInnen zu Hause damit eben auch Themen haben. Also dass wir auch direkt wieder eigentlich in der Familie und in der Partnerschaft schon wieder denken. Und das finde ich irgendwie auch total cool. Und jetzt würde mich nochmal interessieren, Julia, also wie kann ich mir das vorstellen? Also wir können es auch gerne mal so ein Beispiel von mir. Ich bin jetzt 33, habe keine Kinder, aber merke, und das fühlt sich jetzt schon komisch an, dass ich das einfach so in Mikro rede, aber zum Beispiel, dass ich meinen Zyklus schon sehr merke. Also es ist schon so, dass es ein paar Tage im Monat gibt, da habe ich schon das Gefühl, die ganze Welt hat sich eigentlich gegen mich verschworen. Und ich spüre nicht so viel Energie und wenn mich hier einer falsch anguckt, innerlich kommt so ein Drache raus und will eigentlich den Kopf abbeißen. Wie kann ich mich jetzt durch diese Plattform irgendwie, wie kann ich mir Hilfe suchen? Also was du ansprichst, ist ja ein typisches PMS. Das haben ja eigentlich wahnsinnig viele Frauen, also prämenstruelles Syndrom. Also für all die, die jetzt vielleicht sagen, das ist typisch, das ist letztendlich, liegt es daran, dass du vorher einen Abfall deiner Hormone hast. Und dadurch entsteht quasi diese innere Leere, kannst du auch fast sagen. Und was kannst du jetzt dafür tun? Also du kannst ganz viel mit Mikronährstoffen tun. Es geht aber auch viel in dem Bereich, dass man einfach sagt, man wird immer mehr in diese Muster gedrückt, umso mehr Stress man in diesen Phasen hat und umso weniger man auch ausgeglichen ist. Das ist zum Beispiel auch sehr spannend zu sehen, dass Frauen, die wirklich dauerhaft unter starken Stress leiden, dass die auch schneller, natürlich in Richtung Depression, aber dass diese ganzen hormonellen Themen einfach sich wahnsinnig verschlimmern. Und da musst du natürlich gegenarbeiten. Was heißt, gegenarbeiten ist vielleicht das falsche Wort. Du musst wieder dafür sorgen, dass dein Körper letztendlich die Energien, die einfach fließen müssen und all das, was einfach im Fluss sein muss bei einer Frau, weil es einfach durch diesen Zyklus nicht behindert werden sollte, musst du quasi unterstützen. Und da kannst du natürlich bei uns jetzt in den Kursen, könntest du Yoga machen, du könntest auch über Ernährung gehen, du könntest dir aber auch Hilfe von einer Gynäkologin holen. Also wir haben sowohl Online-Kurse, die sehr holistisch sind, also wie gesagt von Yoga, Ernährung, Mikronährstoffe etc. bis über dann wirklich Gruppensprechstunden, wo du dann halt dich einfach spontan bei einer Gynäkologin eindehlen kannst und kannst sagen, hey, das wird hier gerade immer schlimmer, was würden sie mir empfehlen? Und dann berät die dich einfach mal. Und zwar nicht, dass du vorher irgendwie drei Monate auf einen Termin warten musst und sie dann auch nur zehn Minuten Zeit hat für dich und eigentlich auch das nicht so ihr Schwerpunkt ist, sondern du kannst ja halt da auch Sprechstunden raussuchen, auch zum Beispiel Frauen, die in der Elternzeit zu Hause sind, vielleicht mit einem kleinen Baby überfordert sind. Die können sich direkt mit einer Hebamme connecten und so. Also du hast halt von, ich sag mal, alle Female Health Themen, also sowohl junge Frauen, die ganze Gen Z, ich grenze die jetzt mal ein und sag einfach, diese Altersspektrum, die haben ja auch schon wahnsinnig viele Themen. So und egal, ob es da ist, dann kommt der ganze Bereich Kinderwunsch, Familienplanung. Da gehört aber auch der unerfüllte Kinderwunsch zu. Eins von sechs Paaren hat mittlerweile einen unerfüllten Kinderwunsch. Die Tendenz ist stark steigend, weil durch unsere Umwelt, und da sind wir wieder bei Nachhaltigkeit, verändert sich das halt auch alles eher negativ. und vor allen Dingen auch spannend zu sehen, 60 Prozent der Unfruchtbarkeit liegt mittlerweile beim Mann. Also man denkt ja immer, bei unerfüllter Kinderwunsch denkt man sofort an Frauen, aber 60 Prozent der Unfruchtbarkeit ist tatsächlich dem Mann zuzuordnen. Das heißt also, die Männer haben damit genauso ein Thema. Und so geht es weiter. Eine von drei Frauen hat eine Fehlgeburt. So, jetzt die meisten Fehlgeburten finden bis zur zwölften Woche statt. Da sind die Frauen voll im Job. Da ist noch keiner im Mutterschutz draußen. Das heißt also, die passieren irgendwie zwischen Büro und Feierabend und Wochenende. Irgendwo dazwischen passieren die. Und die Frauen versuchen, und das ist wirklich eine krasse Hormon, also das ist für den Körper wirklich ganz, ganz schlimm, weil du von sozusagen, wenn du schwanger wirst, steigt dein Herz, verdoppelt sich dann sein HCG. Also es potenziert sich wahnsinnig dadurch. Manche Frauen fühlen sich ja auch am Anfang tatsächlich wie krank, dass man wirklich sagt, total Übelkeit, oder müssen wir ständig übergeben. Das liegt ja daran, dass letztendlich diese Hormone so verrückt spielen in deinem Körper. Wenn dieses Hormon jetzt von heute auf morgen weg ist und das Ganze wieder fennelt, all das, eigentlich bräuchtest du drei Wochen Urlaub. Und dann sind wir aber noch nicht bei einem seelischen Thema. Also das ist einfach nur, dass du es körperlich irgendwie verarbeiten musst. Aber dann haben wir noch nicht darüber gesprochen, wie das vielleicht seelisch für dich gewesen ist. und da wirklich zu sagen als Unternehmen, das sind alles Tabuthemen, wo wir in Deutschland irgendwie nicht drüber reden, die aber jedes Paar, jeden Menschen, jede Frau, jeden Mann irgendwie betreffen, da mal hinzuschauen und zu sagen, okay, unsere Mitarbeitenden sind doch das Wichtigste, was wir haben. Mal zu schauen, was sind denn die sensiblen Phasen, die dich wirklich beeinträchtigen, wo du sagst, da könntest du brechen als Mensch. Das sind die Momente, wo du am meisten Hilfe brauchst, wo du sie am wenigsten bekommst und am allerwenigsten vom Arbeitgeber. Und wie schön ist es doch, gerade jetzt, wo letztendlich so wenig Unternehmen, ich sag mal, diesen Kniff schon verstanden haben, zu sagen, nee, wir stellen uns gerade da auf und sagen, nee, wir unterstützen euch gerade in diesen Momenten. Genau das sind die Momente, wo wir für euch da sein wollen und wo wir niemanden hängen lassen, sondern wo wir euch einfach die volle Palette an Unterstützungsmöglichkeiten bieten. Und das ist das, was wir mit Peaches eigentlich können und dann wirklich von ganz jung bis hin nachher zur Menopause, wo du auch wieder siehst, da ist einfach auch eine ganz, ganz hohe Betroffenheit. Ja, da könnte ich total viel mit anfangen. Ich bin ja jetzt irgendwie auch selber Vater und man sieht das ja aber auch, wie sich das verändert, also wie diese Raumwohnwelt sich halt wieder verändert, bei Frauen, bei Mann natürlich auch. Gleichzeitig frage ich mich, du hattest vorhin so ein Thema mal reingebracht, und das ist ja eigentlich auch so ein Totschlagargument immer, wenn man halt jetzt irgendwie darüber nachdenkt, man macht jetzt mehr mit Frauen und ich weiß, wir hatten die gleiche Diskussion jetzt auch, dass es dann halt dann irgendwie quasi halt dann so nach dem Motto kommt, warum denn aber nicht für andere Gruppen, ja. Oder warum ist denn das jetzt plötzlich so im Fokus? Darf ich jetzt überhaupt mitmachen? Ja, wie ist denn das jetzt halt denn irgendwie mit LGBTQ? Wie reagiert ihr denn da drauf? Also man fängt ja an irgendeiner Stelle an. Ich hätte jetzt, glaube ich, so meine Antwort, aber was wäre denn deine Antwort da drauf? Also prinzipiell das, was wir machen hinter den Kulissen, ist komplett inklusiv. Wir haben auch Kurse für Solo-Mamas, wir haben auch Kurse für gleichgeschlechtliche Paare, weil auch die haben ja ein großes Familienplanungsthema. Also nehmen wir nur mal ein gleichgeschlechtliches Paar, die ein Kind adoptieren wollen. Wir haben zum Beispiel eigene Juristen, die letztendlich diese Paare begleiten können, so dass sie letztendlich nicht irgendwas falsch machen, denn da kann man ganz viel falsch machen auf dieser Reise. Also das heißt prinzipiell, all das, was wir machen am Ende oder so, ist inklusiv, auch für alle Gruppen. Aber nach außen hin, in der, ich sag mal, in der Außenwerbung und im Marketing fürs Unternehmen funktioniert das einfach fantastisch in Richtung Frauen. Die Männer sind da jetzt, die sagen, ja, ist ja ganz nett, aber die machen da einen Haken hinter. Die Frau sagt, super, in dem Laden bewerbe ich mich. Also die Frage ist ja immer, wen triggert was? So, und zu überlegen, okay, was triggert denn Frauen, wenn die sich vielleicht bei mir bewerben sollen und ich vielleicht auch noch in einer Branche arbeite, wo es nicht so viele Frauen gibt und ich will diese Frauen haben und ich will die auch behalten, dann muss ich mir doch eben genau diese Triggerpunkte zu Nutzen machen und sie eben nicht nur dann letztendlich benutzen, um mir die Schuhe vorne aufzublasen und sie reinzuholen, sondern dann eben auch zu sagen, okay, und wir leben diese Kultur hier. Weil dann bleiben Frauen. Also nur mal als Beispiel, um da mal ein paar Zahlen zu nennen. Wir haben vor, letztes Jahr haben wir eine große Studie gelauncht. 86 Prozent der Frauen wünschen sich, dass ihr Arbeitgeber, sie während Kinderwunsch und Schwangerschaft unterstützt. 98 Prozent würden ihren Arbeitgeber nicht verlassen, wenn er wirklich familienfreundlich ist. 98 Prozent, wiederum 85 Prozent sagen, wenn der Arbeitgeber nicht familienfreundlich ist, gehen sie sofort. So, also wenn man sich diese Zahlen anschaut, wenn man das auch mit Zahlen verbindet, dass man sagt, zwei Drittel der Menschen oder ich glaube noch mehr sind mittlerweile nicht mehr emotional an ihr Unternehmen gebunden, dann müssen wir uns doch fragen, A, wie schaffen wir emotionale Bindung? Wie schaffen wir psychologische Sicherheit? Das sind große Themen, weil das sind auch die Themen, die gegen, also ich liebe KI, ich finde das alles super, ja, also bin gar kein Feind davon. Aber die Menschen haben Angst. Die meisten Menschen haben Angst, dass sie wegrationalisiert werden. Die Menschen haben Angst, dass sie vielleicht nicht mehr, dass sie nicht schnell genug sind, dass sie nicht mehr gebraucht werden. Und wie schaffen wir es eben, Mitarbeitende mitzunehmen und sie letztendlich nicht irgendwie zu verlieren und eben tatsächlich dieses Thema emotionale Bindung im Unternehmen als Kultur zu integrieren und eben nicht nur irgendwo als Hashtag uns irgendwo draufzuschreiben. Und das ist das, was wir mit Peaches ja auch mit unserem Consulting-Bereich sehr stark machen, dass wir eben sagen, wir gucken uns alle Prozesse an, die quasi daraus einzahlen, auf diese ganzen Themen und die optimieren wir bis ins kleinste Detail. Und da sind wir natürlich einfach wahnsinnig fit, alleine so ein, ich sag mal so ein Reboarding oder so ein Elternzeitprozess oder sowas. Oder auch Female Hiring, auch ein ganz großes Thema. Wie funktioniert das auch, dass die Interviewees, die dahinter hängen, also Frau rein, up in Funnel, super. Jetzt muss aber doch auch, dass letztendlich dahinter muss doch auch überzeugen. Und all sowas. Oder wie funktioniert Female Leadership wirklich? Was braucht es da oben, damit Frauen wirklich in ihrem Potenzial Karriere machen können? Und da gibt es so viele tolle Dinge, die man tun kann, die Unternehmen derzeit noch nicht machen. Und das machen wir dann sozusagen. Und auch da sind wir, finde ich, sehr nachhaltig unterwegs, dass wir einfach sagen, okay, wir optimieren tatsächlich auch die ganzen, also es geht nicht nur darum, den Mitarbeitenden was Gutes zu tun durch die ganzen Benefits und diese ganzen Health-Themen, sondern es geht wirklich darum, gerade mit dem Consulting-Bereich, auch die Unternehmensziele nach oben schrauben zu können und zu sagen, okay, wow, mit zum Beispiel gewissen Analysen können wir genau zeigen, was sozusagen nach oben hin offen ist und was Unternehmen blüht, kann ich fast sagen, die in diese Themen nicht reingehen. Weil, wie gesagt, der Fachkräftemangel jetzt in vielen Unternehmen, merke ich noch, eine gewisse Arroganz ist noch da, aber das wird sich ändern. Ja, davon gehe ich auch absolut aus und also so spannend, wir könnten da jetzt, glaube ich, so eine kleine Kiste, die du gerade angefangen hast, auch nach und nach aufmachen. Also ich finde, mich treibt ja auch total das Thema um, wenn wir ausschreiben. Und ich sage mal, auf die weniger technischen Rollen, die wir ausschreiben, haben wir, ist das, ich kann die Zahlen nicht genauer, aber da bewerben sich auch viele Kandidatinnen. Je technischer die Stellbeschreibung wird, umso weniger, beziehungsweise teilweise wirklich gar nicht. Und da auch hier sich nicht in so eine, naja, wir versuchen es ja und wir würden ja auch eine Frau einstellen, sondern wirklich zu überlegen, okay, aber fühlen sich dann vielleicht die potenziellen Frauen nicht angesprochen, wie wir ausschreiben oder so? Also da auch nochmal zu gucken, wie kann man denn hier optimieren? Wo finden wir die denn auch? Also dass man sich auch als Teil der Lösung sieht und nicht einfach nur das Problem bewundert. Da gibt es ganz viel Spannendes. Was mich aber noch interessiert, weil das eher diesen wirklich ganzheitlichen Ansatz ja auch fahrt. Und für ein Unternehmen wie uns, wo wir ja alle Information Worker sind, das heißt alle haben Lentop, alle haben Zugang, ist das ja jetzt wirklich nicht das Thema. Aber wenn ihr, ihr arbeitet ja auch mit Großunternehmen zusammen, die ja dann wahrscheinlich auch teilweise irgendwie Produktion haben etc. Wie erreicht ihr denn da die Frauen und Männer, dass sie überhaupt wissen, dass es das gibt? Ja, also das ist immer sehr spannend. Also wir sind auch ein Unternehmen, die gar keine Firmen-E-Mail haben. Das funktioniert dann letztendlich über Voucher-Codes, die sie so einlösen können, wie du auch so einen Gutschein-Code kennst aus dem Rossmann, den du beispielsweise aus so einer Karte hast oder so. Und dann meistens ist es aber in Kombination, ich war beispielsweise mal wirklich im Lager und habe da zu den ganzen Männern gesprochen und die wirklich alle in ihren Blau-Männern, weißt du, so, naja, ich sah auch so aus. Ich habe auch Sicherheitsschuhe bekommen und auch so einen hellen und alles. Und dann haben wir über die Themen geschnackt. Und da ging es natürlich auch viel darum, und das finde ich eigentlich sehr schön und das, glaube ich, wird oft unterschätzt, wir können auch viele Nationalitäten verbinden. Denn eins ist allen gleich wichtig und das ist das Thema Familie. Und das ist ganz, ganz schön, weil das waren alles auch ausländische Männer, viele. Und als ich dann kam und darüber erst gesprochen habe, die haben alle auf den Boden geguckt, denen war das super unangenehm, dass ich gesprochen habe und wie ich auch darüber gesprochen habe, weil ihr könnt euch sicherlich vorstellen, es fällt mir auch echt schwer, mich nicht so locker floggen aus. Einfach nicht in meiner Natur. Aber damit konnten die am Anfang nicht so viel anfangen. Aber dann, am Ende, kam immer mehr zu mir und sagte, ich habe fünf Kinder, meine Frau hat das zu Hause, kann die das auch? Und ich habe gesagt, ja, die hat jetzt eine Hebamme, weil er sagte dann auch, die kriegt keine Hebamme. Das ist furchtbar, aber es ist die Wahrheit. Und die hat jetzt eine Hebamme, die ihr jeden Tag helfen konnte. Also die haben, tatsächlich ist die Einwahlquote wahnsinnig hoch. Also von daher da immer wieder zu sagen, okay, auch wie kann man vielleicht auch Nationalitäten verbinden. Über das Thema Familie geht es wirklich unglaublich gut. Und auch da, emotionale Werte. Also auch da sind wir wieder an diesem Punkt, emotionale Bindung. Und was du eben sagtest, Maike, und das ist eigentlich mit diesem, ich gehe nochmal zurück zu dem Thema Ausschreibung, weil das ist eins meiner Lieblingsthemen. Das macht so Spaß. Ja, guck mal. Nee, weil das ist einfach, das ist echt geil zu sehen, weil umso technischer, wie du schon sagst, umso, ja, letztendlich hast du da nicht mehr die Quoten. So, was kannst du jetzt tun? Du kannst natürlich den Inhalt nur bedingt verändern, weil ich sage mal, die Facts müssen ja nur rein, was sie tun müssen. Nützt ja nicht. Aber du siehst, und das ist ganz, ganz spannend. Also angenommen, zehn Punkte ungefähr, schreibst du da rein, Frauen erfüllen, ich sage mal irgendwie, vielleicht zwei nicht, dann bewerben die sich nicht. Mann erfüllt einen Punkt, sagt, super, bewerbe ich mich. Kann doch passen. So, also, so, erst mal das. Dazu gibt es Studien. Dazu erzähle ich jetzt nicht, weil, sondern da gibt es Studien. Das heißt, das kommt schon mal unten in die Stellenanschreibung bei uns mit rein. Das packe ich unten in die Stellenanschreibung mit rein, schon mal so eine Studie. Das schon mal so als kleiner Tipp hier für alle. So, und dann, ist es aber wirklich so, wir drehen passende Female Recruiting Videos von, in eurer Company, von euch, die eben genau diese Punkte, die man jetzt letztendlich auch irgendwie, wo man sagt, ja geil, da wollen wir irgendwie, da möchten wir rein, da möchten wir, so kriegst du letztendlich genau die Zielgruppe, die du erreichen willst. Oder, dass wir dann eben genau gucken, wo muss es gespielt werden, etc. Das sind dann alles natürlich, ich sag mal, das sind dann so die Hacks dahinter, ne? Voll spannend. Da müssen wir uns auf jeden Fall auch nochmal, spätestens, wenn wir uns ein paar Wochen sehen, nochmal drüber teilen. Ja, vielleicht noch eine letzte Frage, also, du hast ja gesagt, also, wenn ihr erstmal drin seid, dann kriegt ihr auch unterschiedliche Zielgruppen ganz gut aktiviert, so würde ich es mal freundlich formulieren. Wie kriegt man denn, wenn man jetzt mal zuhört und sagt, okay, Mensch, eigentlich wäre das doch was, was ich bei uns mal vorschlagen könnte. Julian sollte doch hier irgendwie mal mit unserer HR mal sprechen und halt irgendwie dort, aber irgendwie kriege ich, sind die halt immer so verschlossen gegenüber neuen. Wie sollten die denn das am besten mal machen? Also, wie kann man denn Zweifler mitnehmen? Zweifler, also, man kann mich super gerne über LinkedIn anschreiben und dann schicke ich gerne mal so ein Deck raus mit ganz vielen Zahlen und Entwicklungen und sowas. Und da sind eigentlich relativ schnell die Leute, mit dabei, dass sie sagen, ja, okay, super. Und wenn wir dann die Lösung dahinter packen, dann ist auf einmal auch die Offenheit ein bisschen mehr da, weil ich sehe immer wieder, dass halt die meisten Unternehmen wissen nicht, dass es sowas wie uns jetzt gibt. Es ist tatsächlich nach, also, wir sind nach wie vor so brandneu am Markt und eben auch mit unserem Angebot und mit all dem, was wir tun, sind wir wirklich komplett anders als all das, was es bisher auf dem Markt gibt. Und ich glaube, wenn man aber diese Ansätze sieht, wenn man sieht, okay, da gehen die so rein, das sind alles diese Themen, dann wird jedem, jedem Menschen, und es hat wirklich unabhängig von Frau und Mann, wird relativ schnell klar, dass das verdammt viel Sinn macht, da jetzt mal genauer hinzugucken und sich vielleicht da mal mit uns zusammenzusetzen. Aber ich glaube, manchmal braucht man einfach vielleicht so ein Deck oder so, was man nach oben liefern kann, was man sagen kann, hey, das habe ich, das ist mir irgendwie über den Weg gelaufen, bei euch im Podcast oder ich habe die irgendwie auf LinkedIn gesehen und ich habe mir mal da was schicken lassen und das wollte ich euch einfach mal zeigen. Ich glaube, das macht immer Sinn, dass man dann auch was in der Hand hat. Absolut. Julia, wir sind schon über der Zeit tatsächlich und können, glaube ich, aber noch stundenlang. Das Schöne ist ja, wir sehen uns ja tatsächlich bald in zwei Wochen, wir haben einmal im Monat MitarbeiterInnen-Meeting und wir werden den Launch hier bei uns bei FED eben auch ein bisschen damit begleiten, dass du ja auch vor Ort sein wirst und das vorstellst, weil wir schon der Meinung sind, dass, glaube ich, auch deine Persönlichkeit und wie du das nochmal erklärst, glaube ich, auch nochmal einfach einen anderen Effekt haben wird. Ich freue mich da sehr drauf. Aber danke erstmal hier für deine Zeit und die Einblicke und worüber wir jetzt gar nicht gesprochen haben, müssen wir nochmal eine extra Folge machen. Ist ja Minopause, da ist mir ja die Kinnlade runtergefallen, als wir dazu nämlich gesprochen hatten bei dem Event, was da Frauen nochmal durchlaufen und wie viele sich auch trennen von ihrem Arbeitgeber in der Zeit, weil sie sich einfach nicht mehr verstanden fühlen. Das war für mich so. Und dann auch ein bisschen, jetzt nochmal ein bisschen beinheitlich zu werden, dann fragt man sich, wann ist das denn mal vorbei? Was müssen wir denn hier eigentlich alles durchmachen schon wieder? Aber ich sehe schon, vielleicht war es nicht die letzte Folge, wenn du weiter Bock hast, Julia, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Aber eine Sache haben wir vergessen. Guck mal. den Appell. Was möchtest du denn eigentlich jetzt nochmal den Zuhörern und Zuhörern am Ende nochmal mitgeben? Ja, was möchte ich den Leuten mitgeben? Wir müssen, glaube ich, nach wie vor für viele Dinge kämpfen. Ich weiß, dass, gerade weil du ja das ja auch sagtest, gerade eben mit den HR-Abteilungen, vielleicht sind da noch manche nicht so offen. Ich glaube, gerade wir Frauen oder auch Männer, die sagen, ja, sehen wir total, man muss das nicht nur einmal droppen. Also man kennt das ja auch aus Werbung, man soll Sachen achtmal droppen, dann kauft man eine Sache langsam. Also deswegen, man darf nicht aufgeben, das Thema immer wieder anzusprechen. Und ich glaube, man muss da auch hartnäckig bleiben. Und ich weiß, dass einfach gerade ganz viele andere Intemen wie KI oder so bei ganz oben auf dem Tisch liegen. Aber da immer wieder zu sagen, liebe Leute, so und so sieht es aus. Wenn wir später keine Leute mehr hier haben oder ihr eure Frauenquoten da oben nicht erreicht, dann braucht ihr mich nicht angucken, weil ich habe es euch zehnmal gesagt. Also da auch wirklich dann irgendwann zu sagen, ganz klar, und das ist wirklich so, ich spreche da auch gerne in KPIs und in Zahlen, weil das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird oft so softmäßig betrachtet. Und ich glaube, wir brauchen da, gerade wenn es darum geht, sowas nach oben zu kommunizieren, brauchen wir definitiv mehr Zahlen und nicht locker lassen, ihr Lieben. Das Thema ist relevant, mehr als relevant, denn es sorgt dafür, dass wir nachhaltig wirklich Deutschland gestalten können. und dass wir für alle, und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir sowohl für unsere Kinder, für Frauen, für Männer, für kleine Jungs, für kleine Mädels einfach eine tolle Zukunft gestalten können. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns für unsere Arbeitswelt einsetzen, eine gleichberechtigte Arbeitswelt. Ganz lieben Dank, liebe Julia. Sehr, sehr gerne. So, Maike, wir hatten jetzt Julia zu Gast von den Peaches. Was nimmst du denn mit für uns, finde ich? Oh, viel. Also, mein Kopf ist voll mit Gedanken. Also, erst mal finde ich sie einfach beeindruckend als Person. Und ich finde diese Energie irgendwie großartig. Und das ist ja auch ansteckend. Und man merkt natürlich, wie sie auch brennt für das, was sie tut. Und ich finde es halt so geil, dass sie halt aber natürlich die Sprache annimmt von EntscheiderInnen am Ende. Sie hat die passenden Studien parat, sie kann sie KPIs umformulieren. Es ist natürlich genau, so knackst du es natürlich auch ins Unternehmen rein. Und ich finde es auch einfach cool, dass eben dieses Thema Frauengesundheit, mich würde auch gleich nur interessieren, wie es eigentlich für dich war, dass wir so viel über Frauen und Frauenthemen gesprochen haben. Weil, glaube ich, die Idee ist ja nicht irgendwie hier jetzt einer Gruppe nicht den Männern zu sagen, naja, ihr habt ja keine Hormone, ihr habt ja nicht diese Themen, die wir haben. Aber ich glaube eben schon, auch einmal nochmal wirklich aufklärt, zu sagen, dass das natürlich eine andere Reise ist, die so eine Frau in ihrem Leben durchläuft. Und das eben als Grund zu nutzen. Und wir machen das ja natürlich, weil wir irgendwie das sehen und natürlich auch was Tolles bieten wollen unseren Mitarbeitenden. Aber natürlich auch am Ende aus dem Grund, dass wir halten wollen und dass wir eben tolle Arbeitgeber sein wollen. Und für mich ist das, bin ich sehr gespannt, wie das jetzt angenommen wird, hier auch bei FED. Und ja, wie sich das weiterentwickelt, dass ich bin aufgeregt, das sich zu geben. Wie war es das für dich? Ja, ich fand es interessant, weil das läuft ja immer so mit, das Thema natürlich. Und das ist ja auch ein Stück weit aus einer Management-Perspektive immer so ein Thema, wo man denkt, boah, wie soll ich denn das eigentlich jetzt hinkriegen? Ja, weil halt gleichzeitig will ich natürlich Menschen, also auch gerade Frauen, halt irgendwie auch in Führungspositionen entwickeln. Dann habe ich natürlich aber eben auch das Thema, dass sie inzwischen nicht wieder raus sind. Gleichzeitig will ich ja halt aber auch gleichberechtigt halt irgendwie also den Karriereweg beidend, also sozusagen sowohl Menschen, die jetzt auch in Elternzeit sind oder halt irgendwie auch perspektivisch natürlich dann eben auch Kinder ja auch in irgendeiner Form Teil ihres Lebens sind, dort halt irgendwie gleichzeitig eine Karriere ermöglichen. Gleichzeitig habe ich natürlich in unserem Hochleistungsumfeld dort auch gewisse Anforderungen von Kunden und so weiter und so fort. Und das halt irgendwie hinzukriegen und irgendwie auszubalancieren, es ist halt einfach herausfordernd und das hat mich eben nochmal bestärkt, dass es halt einfach eigentlich nur einen Weg gibt und zwar sich dem ganzen Thema offen zu stellen und offen halt zu überlegen, wie man das halt irgendwie gut hinkriegt und sich da eben auch professionelle Unterstützung zu holen. Und insofern freue ich mich da auch auf die Reise, die uns jetzt da bevorsteht und finde, das kann uns eigentlich nur noch besser machen. Und da halt dann auch einfach auch nochmal zu gucken, okay, wo haben wir jetzt, haben wir auch noch blinde Flecken, wo können wir halt auch noch Dinge optimieren und das halt dann einfach noch besser hinbekommen. Also insofern finde, fand ich es jetzt total inspirierend. Ich fand es auch nochmal gut. Deswegen, ich bin ja so ein bisschen nochmal rein, habe ja nochmal wieder nachgefragt, weil ich halt mir ja dachte, okay, weil ich das ja, weil mir das ja auch schon begegnet ist, so im Sinne von, naja, jetzt machen wir halt für die eine Gruppe viel und für die anderen jetzt nicht und was ist jetzt damit und hin und her und dieses Vergleichende und gleichzeitig da, deswegen habe ich ja auch nochmal mich so ein bisschen, ich sage mal, ja, mit Argumenten versorgt, indem ich da halt nochmal nachgefragt habe. Das finde ich irgendwie auch gut und richtig und wichtig, dass es ja am Ende um wirklich was Inklusives geht, ja, und gleichzeitig aber auch einfach so ein Thema, womit man jetzt halt irgendwie auch erstmal laut sein kann und da irgendwie auch nochmal so ein bisschen, ja, ich sage mal, überhaupt ein, ja, ein Scheinwerfer auf diese gesamte Thematik halt irgendwie richtet, aber am Ende es ja auch wirklich allen zugute kommt. Das fand ich jetzt irgendwie für mich auch nochmal gut und wichtig. Also insofern cool, wenn du da aus deinem Netzwerk rausgezaubert hast. Ja, ich freue mich da auf die weitere Zusammenarbeit. Super. Danke. Das war eine tolle Folge und wir hören Nils. Das war ein witziges. Untertitelung des ZDF, 2020